Äh, okay. Setz uns hier ab, Jarvis. Ich will nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. Richtig. AIM patrouilliert noch immer durch die Straßen. Vermeiden wir eine Hawkeye-Wiedervereinigungstour. Die Wohnung ist direkt voraus. Auf den Dächern registriert uns AIMs Radar nicht. Vergiss die Drohnen nicht. Sie sind neu. Denn du warst ja... Also, äh... Ich wollte Komplize Widerwillen sagen, aber okay. Ich habe Fury geholfen, oder... Ich weiß nicht, es versucht. Falls mein Traum real war, hab ich das wohl auch nicht geschafft. Oh Mann, gibst du dir jetzt schon die Schuld für einen scheiternen Traum? Ach, du hast wahrscheinlich recht. Ich bin schließlich oft genug in der Realität gescheitert. Gehen wir einfach weiter. Ach, Barbecue auf dem Dach. Genau wie damals. Hey, Gil! Hey, Hawkeye! Lang ist's her. Schön, dich zu sehen. Wie geht's meinem Hund? Lucky geht's gut. Ich lieb den Hund. Äh... Bist du heute nicht ausgezogen? Was? Nein. Wie kommst du darauf? Äh... Ein paar Typen haben Sachen aus deiner Wohnung getragen. Sie... haben gesagt, sie sind Möbelpacker. Oh nein. Clinton Francis Barton. Großartiges Timing. Äh... Kennen wir uns? Wachhunde. Wachhunde. Handlanger von Aeim. Ergebt euch unauffällig. Oder sterbt auffällig. Denkst du auch, was ich denke? Dieser Schläger-Trupp wird untergehen. Ich werde sie mitnehmen. Ah... 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 Okay. Einer erledigt. Der Nächste. Ja! Das wird sich am Morgen nicht gut anfühlen. Mach runter, Vorsicht! Geht's euch gut? Ja, danke. Alles in Ordnung. Okay. Bleibt, wo ihr seid. Ich erledige das. Ja, das wirst du. Zeig ihnen, was passiert, wenn man sich mit Brooklyn anlegt. Wachhunde sind unterwegs zur Garage. Nehmen wir den Aufzug. Überraschen wir sie. Hör auf zu denken, was du gerade denkst. Du weißt doch gar nicht, was ich denke. Du machst dir wegen der Sache hier also keine Vorwürfe? Wem will ich noch was vormachen? Ich versuche ein Avenger zu sein, mache alles nur schlimmer. Hör zu. Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade sage. Aber Selbstkritik hilft uns jetzt nicht, okay? Du musst dich konzentrieren. Ich bin multitaskingfähig. Vielen Dank. Hey, Wachhunde. Hände hoch, Waffen runter. Haha. Vor dir haben wir keine Angst. Ja, solltet ihr auch... Moment. Besser wäre, ähm, wir haben keine Angst vor... Nochmal von vorn, bitte. Was ist das, was hat sie längst von Willow? Sie haben Schreckführer. Du hast heute alles verloren, Baren. Alles zusammen. Angefangen mit diesem Gebäude. Es darf schließlich gar nichts Deinen geben, oder? Ich hasse ihn. Kate, kannst du noch Bock mehr entschaffen? Ja, ich kann immer noch alles. Wir schaffen das, man die Uhr sicher. weitere Schmerzen. Ich habe sie nicht in der Schmerz. Ich habe sie in der Schmerz. Eine Bombe weniger, schnell! Ich habe sie in der Schmerz. Eine Bombe weniger. Schmerz. Bei der Baren lassen wir uns in der Schmerz. Weiter so! Wir haben nicht viel Zeit. Noch eine. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Gil? Bist du noch da? Gil? Wachhunde sind hinter uns her. Sie haben Lucky. Was? Sie haben einen Hund. Sie laufen die Straße runter. Du musst dich beeilen. Niemand vergreift sich an meinem Hund. Noch mehr Wachhunde voraus. Nicht mehr lange. Hey, wer von euch hat meinen Hund? Hier ist eine ganze verdammte Armee von Wachhunden. Monika muss Ihnen ein Vermögen bezahlen. Monika hat uns in der Tat bezahlt. Hey, Circus-Clown. Die Bände down. Aufgeben? Was ist denn für meine Hund? du kommst zu spät. Du kommst zu spät. Es ist unmöglich vor der Abfahrt des Lasters erreichen. Danke. Ich wusste gar nicht, dass es ein Laster gibt. Oder ein Kontrollpunkt. Mann, du bist echt schlecht in deinem Job. Gil, ich brauche ein Update. AIM hat einen Kontrollpunkt. Weiter die Straße runter. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Mobile Gefängniszellen? Hey, hier drüben! Ach, Sie haben Gil. Äh, nicht so lange ich da bin. Finden Sie die Leute hier. Los! Division geschwächt. Help me, Avengers! Division geschwächt. Division geschwächt. Division geschwächt. Das war's für heute. Okay, Nummer eins. Nummer eins. Nummer eins. Nummer eins. Nummer eins. Nummer eins. Danke, Hawke, guys. Bringt euch in Sicherheit. Wir müssen einen Laster einholen. Halt den Laster an! Halt den Laster an! Oh nein. Lucky! Zurück! Ah, wenn ihr lucky getrunken habt, dann rühre ich... Ich bin, eigentlich oder? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Du bist wie eine Kakerlake. Warum stirbst du nicht? Mein Hund braucht mich. Das kann sein. Du bist wie eine Kakerlake. Was ist das? Okay. Oh mein Gott. Hierher. Rind. Wir brauchen einen Arzt. Einen Chirurgen oder einen Hundedoktor. Einen Tierarzt. Wir haben einen verletzten Hund. Wir sind gleich da. Oh, ich hab dich so vermisst, Kumpel. Jetzt wird alles gut. Oh, arme Kerl. Okay, ich will ja Wiedervereinigung nicht vergleichen, aber sie haben deine Daten, Kumpel. Nicht alle. Raffiniert. Sieht dir gar nicht ähnlich. Auf das Ding passt nicht viel drauf, aber besser als nichts. Vielleicht ist dein Herrchen doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und er sieht ziemlich dumm aus, findest du nicht? Ah! Untertitelung des ZDF, 2020